Hola, hola, hola. So, wir sind jetzt hier gerade auf der Isla de Sol. Wir bestaunen gerade die alten Inka-Ruinen und das Wetter spielt einigermaßen mit, es regnet, aber immer hin und wieder und es ist ein bisschen kühler, aber wir sind zum Glück gut gekleidet, da ist übrigens Björn mal ganz kurz reingewunken. Und es ist einfach neben den Inka-Ruinen absolut gigantisch, natürlich hier so raus zu gucken und zu wissen, dass es einfach mal ein See ist. Es ist echt schon krass, wie groß die Kaka-Sees sind, das sieht in aller Richtungen so aus. Und ja, wie man sieht, ist es ja relativ touristisch, ganz klar. Wir haben einen ganz schönen Track hinter uns gebracht. Wir mussten uns ganz schön sputen, weil unsere Fähre weit wieder losgeht. Ja, das stimmt. Deswegen, wir gucken auch immer mal kurz auf die Uhr. 12.05 Uhr. Die Uhr ist auf 12.30 Uhr getimt, dann müssen wir hier wieder los machen und schnellstmöglich Richtung Süden auf dieser Insel. Dann vom Süden legt dann quasi die Fähre wieder ab zur Copacabana und heute um 18.30 Uhr geht dann unser Bus. Okay, alles klar, dann bis dahin. Ciao.